Und wir schauen mal hier rein. 2,50 Euro. Mal gucken, ob wir da drin kommen. Was? 3x den grünen Haini, warum war? Oh, sehr schön. Schäkkeltbildchen. Verabend. Schäkkeltbildchen. 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 Oh das macht die 50 voll, einer noch, das wird. Komm. Oh nochmal drei. Rückt genau, aber nicht raus. Geizkragen, mach da zu. Und dann abzehlen. 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 da haben wir noch mal drei grüne darin hm nehmen wir mal die Karte, die hatten wir noch ja nicht heute weg ist er jawoll und na mach dazu ja 72 die 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 ok an wird ja marina Das war ein Durchschnitt. Zinnah. Schau mehr, jau mehr, jau mehr. Ich muss mal sagen. Na! 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 Zweitermas so heube ich! und da haut er ab schade war so klar es gibt hier nichts mehr oder was vielleicht wird es mal zeit das spielchen zu wechseln kolika 3 grüne herrniger sehen hätte vielleicht auch nicht so und Das war's für heute. aber noch mal wangen, noch mal hin, schade, ein Päuschen will er machen, siehste, daher weht der Wind Stundenpause schon wieder Tja, dann lassen wir mal eine Pause gehen und danach geht es dann weiter und wir gucken mal hier heute rein, 2.50 Euro, mal gucken ob es was gibt 2.50 Euro, mal gucken ob es dann weiter Wow, der ist ja sehr ruhig. Und jetzt ist die Versur. Kann man unser Ars vollstellen. Die Versur ist tatsächlich um zu schnauern. Man hat ihn nur mit einer Art und Weise auf dem St Tool. Man hat ihn nicht nur mit dem Schlaf. Man hat ihn nicht nur mit einem CharLO-Kanal. Man hat ihn nicht nur mit einem CharLO-Kanal. Man hat ihn nur mit Cherno-Kanal. Man hat ihn nicht nur mit einem Schlaf. Ich glaube, dass er einen Anlou-Kanal hat. Und dann ist er wieder mit einem CharLO-Kanal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm Er scheint nur die Dinger zu hauen Junge, 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 der beste Arsch wird sie anstellen Oh ja, das sieht doch schon mal was aus Das ist schon mal was Gerne mehr davon Nehmen wir erst mal mit Was uns noch erwartet hier Guck an Na, letzte Chance schon wieder? Ja, schade 43 So, auf zum nächsten Person Das ist auch schon Mäh Oh Brilie ist schon mal mit dabei Platten Honig Risiko, Risiko, Risiko Nehmen wir mit KC 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 So, jetzt wurde ich schon mal was richtig vernünftigt hier. Na gut, das ist nun nicht gerade. Immer noch schwarz, nee, rot, 60. So, jetzt bin ich schon mal was. Oh, Paul, erzähl mir so ein Blechkast hier. Ah, Kollege Störschuh. Die Oleniten hat das ja heute. Auch weg. Oh, dann gucken wir da rein. Oh. Dann machen wir das. Ah, wir haben uns ja heute wieder rein. Oh, wir haben das, was wir haben. Oh, wir haben das. Oh, wir haben das? Oh, wir haben das, was wir? Jetzt rechts die 109er, ja das wird! Wachter Schluss! Seil und wietzig! Seil und wietzig! Hey, das war das mal, was das war? Oh, krass! Gleich! So, fragen wir nochmal, was er von 4 Euro hält. Oh, jetzt kommt mal eine richtige Packung auf hier. Oh, Alter, den so weit da schon, oder? So, gut! All right, da war's hier in meinem Geist gar nicht. Und jetzt noch ein Clash. da ist er ja mal richtig am fressen hier dann sollten wir uns noch ein anderes Spielchen aussuchen machen wir hier erstmal einen Cut das war Safejoy